Du kannst nicht immer 60 sein, die Tats, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 60 dir verspricht. Einmal wirst du 61 sein, da sind wir mit dabei. Für dein nächstes Jahr, ja, das ist doch klar, geht's heiter weiter zur 60.2. Mit 61 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 61 Jahren, da wird der Mann zum Mann. Mit 61 Jahren, da kommt man erst in Fluss. Ich meine jetzt nicht hier in den Gange, brennend in den Gange, nein, ich verstehe mich da nicht falsch. Denn mit 61 ist noch lang noch nicht Schluss. Lieber Diethard, hier aus der Stadt der Toten, das soll jetzt kein schlechtes Omen sein, wünsche ich dir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Liebe und Gute. Viel Erfolg, viel Gesundheit im nächsten Lebensjahr. Und wir werden uns bald wiedersehen, ich freue mich darauf. Und jetzt sagt dir auch Dinesh auf Handy noch ein paar Geburtstagsgrüße. So, tschüss, 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 tschüss. Und wir werden uns bald wiedersehen, und wir würden uns bald wiederkommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.